Alles klar, die Woche ist vorüber und ich löse jetzt erstmal das Gewinnspiel von den Wave Designs Leuten auf. Okay, der erste Platz geht an BattleGamers HD, somit kriegt er ein Background und ein Logo. Der zweite Platz geht an Yamet1907, der bekommt ein Background. Und der dritte Platz geht an XXPrankGamerXX und der bekommt ein Logo, ja. Dann haben wir noch unter allen Teilnehmenden ein paar Wallpaper-Verlust und da sind die Gewinner Jens Müller, Kriko und Let's Play Network TV. Und die beiden haben sich noch überlegt einen Zusatzgewinner dazu zu tun und der wäre dann FloFloFlo1999FF. So, die kriegen dann noch ein Wallpaper und ich würde euch alle, also alle die jetzt hier erwähnt wurden, darum bitten, die beiden anzuschreiben unter Wave Designs. Also auf ihrem Kanal, auf YouTube, damit sie euch dann kontaktieren können, beziehungsweise euch dann mal eben in Skype betten oder wie auch immer sie das machen wollen. Keine Ahnung, auf jeden Fall schreibt es die beiden an. Sagt, ja, hier, ich hab gewonnen, danke, ciao, ihr seid die Besten, busi busi und dann, ja, machen die beiden weiter. Ja, danke fürs Mitmachen und falls ihr sie verpasst habt, die heutige Folge von Star Wars Die Old Republic handelt von ein paar Homo-Attentätern, die uns auch sehr Harkun auf den Hals hetzt. Und wie wir Lord Sash begegnen, die uns, ah, nicht abgeneigt ist, ja. Ansonsten wünsche ich euch dann auch einen schönen Samstag und das nächste Gewinnspiel gibt es dann in ungefähr einem Monat, Anfang März dann, ja. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao.